Ein neuer Bulli steht kurz vor der Fertigstellung. Dieses Fahrzeug haben wir im Kundenauftrag auf Basis eines brasilianischen Fahrzeuges restauriert. Der T1 ist Baujahr 1975 und wurde komplett nach Kundenvorgaben aufgebaut. Der Kunde möchte den Bulli nach Übergabe selbst zum Camper ausbauen. Dafür wurde das Fahrzeug von uns lediglich mit einer Steckdose für den Campingstecker ausgestattet. Besonderheiten des T1 sind die Safari Fenster, Weißwandreifen, US-Stoßstangen und der Dachgepäckträger. Die Zweifarbenlackierung gefällt uns mit der vom Kunde ausgewählten Farbkombination besonders gut. Nach ein paar letzten Handgriffen wie der Unterbodenschutz und die Hohlraumversiegelung ist der Bulli bereit für die Vollabnahme zum H-Kennzeichen. Mehr Infos zu unserem Classic Car Angebot finden Sie online unter www.vögler.de.